Wie man aus normalerweise immer gut unterrichteten Kreisen hört, sind Texte im Nachrichtenstil gesprochen, genauso effektiv wie locker vom Hocker gesprochene. Natürlich kommt es darauf an, ob für ein schmusiges Produkt oder für was Powervolles geworden wird. Die Begeisterung sollte auf jeden Fall immer spürbar sein. Und das ist im Bayernland. Tja, nicht anders als im hohen Norden. Oder bei uns Sachsen. Von den Wienern ganz zu schweigen. Her und so schnell sind 30 Sekunden rum. Ganz genau.